Ich will es nur noch mal für euch wiederholen. Haltet euch mit Tiefschlägen, mit Nackenschlägen zurück. Habt ihr mich verstanden, Freunde? Und im Fall eines Niederschlags geht es in die Ecke, die ich euch zuweise. Und dort wird gewartet, bis ich sage, dass ihr herauskommen könnt. Habt ihr das verstanden? Auf Wagen? Okay. Also wieder zurück in eure Ecken. Los geht's. Ich mach dich alle. Okay, versuch's. Ja, jetzt kann's wohl losgehen. Der Krieg beginnt. Jetzt warten wir nur noch auf den Bord. Halt mir den Gürtel auf dich. Ich werd diesen Penner fertig machen. Achte nur darauf, dass der Klamis einen Kampf machen kann. Du bist der Beste. Du bist es. Du bist der Champion. Logisch. Rhythmus und Kraft. Rhythmus und Kraft. Und immer die Gerade. Du bist der Beste. Sind Sie bereit für die erste Runde? Müsste ein großer Kampf werden. Und los geht's. Hockey Ball vor. Und er kommt direkt aus seiner Ecke. Er geht sofort auf Klammer den Fluch. Er marschiert von rechts nach links. Was für ein Kampf beginnt. Du die Gerade. Noch eine gerade. Noch eine gerade. Noch eine. Und das ist nicht der Robby, den wir erwartet haben. Kannst du da draußen wie Apollo Krieg. Noch eine rechte. Und noch eine. Nämlich diese rechte und links. Nur Kostmann. Und aber längen weiß im Moment nicht so recht was passiert. Das Spiel scheint ihn zu überraschen. Sehen Sie doch, ob der man einstecken muss. Es ist kaum zu glauben, aber wahr. Er kann den leichtfüßigen Herausforderer nicht in der Ecke stellen. Absolut. So unglaublich. Absolut. Komm schon, Bräder. Schrecklich. Schreckt mir doch. Komm schon. Diese rechte Hand ist wie ein Vorklaghammer. Was für eine erste Runde. Auseinander. Hups. Was für eine erste Runde. Es ist ein Glück. Geh hier mit Serien von rechts und links. Von rechts und links. Geh hier raus. Aber jetzt er hat Kollegen sich aufzulassen. Und die Männer werden auf dem Spiel. Geh hier raus. Er hat schon wieder eine links rechts. Von rechts und von Rookie. Und da noch eine linke Kostmann. Geh hier. Rookie. Rookie. Jesus Rookie bei Boa. Der Mann ist stark. Ja. Ich erwisch dich in der nächsten Runde. Ich leg dich um. Ich leg dich um. Jetzt wird er losmarschieren. Richtig? Ja. Du musst immer an ihm dranbleiben. Er darf sich nicht ausruhen. Also kontern und weg. Kontern und weg. Und Lenk war ihm vollkommen ausgeliefert. Ich glaube nicht, dass Lenk gemerkt hat, was da überhaupt mit ihm gespielt wurde. Und nun geht es weiter. Jetzt wird er weg. Und er schlägt zurück. Es kommen immer wieder seine Rechnung nicht. Er geht auf. Er geht an den Kopf. Und noch ein Meter her. Er setzt den Götten zu. Echt. Töne. Was machst du denn da, Rocky? Komm schon, komm schon, Balboa. Komm schon. Hör dich, hör dich. Himm deine Hände nach oben und bring die Linke. Diese Rechte hat Rocky wieder dir wehgetan. Was ist dein Kappen? Wir hatten den Kappen. Balboa. Balboa. Klammern, verdammt noch mal. Klammern. Komm, Rocky, wer dich doch. Das ist jedenfalls Klammersrunde. Und noch eine. Und Balboa. Und Körse. Steh auf, verdammt noch mal. Komm schon, komm schon. Ein Rocky auf die Füße kommen. Kann er aufstehen. Es hat ihn schwer erwischt. Aber er ist oben. Noch eine Linke. Eine Schrecklichrechte. Und wieder eine Linke. Und zwei, 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 zwei. Das ist ein Handtuch. Hört. 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 Komm schon. Und es geht weiter. Klammerling marschieren und marschieren. Hört. Komm schon! Unschlusslicher Waldbauer! Wie kann jemand nach einem Wolkenschlag wieder aufstehen? Was zum Teufel tust du da? Was zum Teufel tust du? Hör zu, das ist Strategie, nichts weiter, ich weiß schon was. Du weißt nicht, was du tust. Du musst aktiv bleiben. Du bist der Chef. Der ist ein Nichts, der gehört mir. Wenn du den Schlag hast doch rein, wir dürfen nicht töten. Brauch kein Mann zu sein, um da zu stehen und dich crashen zu lassen. Also mach... Hör doch mal! Hör zu, verschwende deine Schäge nicht! Du bist der Chef! Du musst ihn doch nicht mit einem Schlag K.O. hauen! Und benutzt deinen Schädel! Versuch ihn müde zu machen, er gehört dir! Ich weiß schon, was ich tue. Ich schwöre, ich weiß, was ich tue. Erzähl mir bloß nicht, was du denkst! Geh da raus und tu es, Rock! Tigerauge, hast du verstanden? Geh da raus und hau in den Tisch! Er ist nur ein Mensch, Rock! Er ist nur ein Mensch, Rock! Du musst mehr Mann sein als eher! Schnapp ihn dir! Denk an die Augen des Tigers! An die Tigeraugen! Rauf und runter! Side-Step und los! Wir sind jetzt in Runde 3! Es deutet sich eine harte Runde an! Beginne es dir etwas langsamer! Das ist meine Runde! Das ist meine Runde! Und ich sage dir, ich werde mich jetzt grau schärfen! Komm doch! Ich werde dich grau schärfen! Wer ist mir? Wer ist mir? Wer ist mir? Ich warte! Was? Der Kost! Warum war das denn? Der Kost! Der Kost! Der Fähre ist gegen Radikow! Wie kann man so was noch nicht erinnern, wie die Getrens wenden? Und jetzt macht hier die Sackerhöhre! Hey! Er wird ihn noch töten. Nein, 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 er wird ihn nicht töten. Jetzt wird er Böse. Sag zu, du Baumwaffe. Geh da raus. Rocky! Ja, ja! Meine Mutter hat einen härteren Klock als du. Warum gibt es mir, gibt es mir ins Gesicht? Sag ihn dir, Papa, sag ihn dir! Komm so, Scherz, komm so, du machst schon. Bist du verhaktest? Nein, 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 nein. Bist du verhaktest? Bist du verhaktest? Bist du verhaktest? Komm, 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 komm! Bist du total auf den Wolfschen? Hey, Mann, steh auf! Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn! Aus, aus! Der Schwergewicht-Seltreiter ist so weit gekehrt! Er ist so weit gekehrt! Ja, Rocky! Er ist vom Arm außer sich! Nur etwas habe ich noch nie erlischt! Und da ist er, der neue Felsprächser im Schwergewicht! Rocky bei Ruhe! Hier ist ein unglaubliches Comeback! Rocky ist völlig außer sich! Wie haben Sie geschafft? Ja! Rocky! Freu dich! Das ist eine Ordnung! In einem der unglaublichsten Comebacken in der Wolfsgeschichte! Der alte und neue Wettbewerbschaftsrichter! Der italienische Hex, Rocky Belfauer!